Hoi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier im achten Teil meines Let's Play Videos mit dem Spiel oder im Spiel Facebreaker. Ja, wir seht den Eismann, den habe ich endlich niedergestreckt, den kleinen Schurken. Und jetzt kommen wir zu dem netten Mädele. Genau, da war ich ja letztes Mal, die hat mich so vermöbelt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, ich glaube, ich muss mich wieder von ihr vermöbeln lassen. Manche mögen das, aber ich nicht. Ah, hör auf. Die hat Arme, echt? Ja, der Molotov. Ach, du und deine Jobflaumen. Ach, los. Nein, 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 Mädele, auf. Die hat's voll drauf, echt. Hoppala, Entschuldigung. Boah. Was macht die denn da? Nee! sie hat mir das gesicht zerstört das war armselig besorgt ihr nächstes mal eine waffe bitte aber bitte sagt mir nicht dass sie wieder zurück zum eismann muss oder nein bitte nicht zum glück ich habe noch möglichkeit auf revanche sagt bescheid mitte jetzt brav sein genau komm her das gibt es doch nicht das ist doch nicht normal oder bitte nicht schon wieder nein 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 das gesicht was hast du gegen mein gesicht das hast du doch genossen gibt es zu nein habe ich nicht ich mag so ist gar nicht schon wieder habe ich eine pflaumen muss wie sage auch mit diesem t-shirt ich will kein t-shirt ich möchte gehen ich stehe nicht auf shake hands bitte lach noch nicht im vorfeld erst für gut gewonnen hast mein junge sonst blockieren wir uns wieder es geht schon wieder los mit der blamage nein sonst bekommst du das nicht gefallen Junge! Ach man! Ja! Hey, das hast du gut gemacht! Nein, doch nicht so! Bitte, komm zu dir! Ja, besser so! Nein, nein, so nicht! So nicht! So nicht! So nicht! Ich kann mir nichts machen! Das gibt's doch nicht! Ach, Mädchen! Bitte, sei doch ein kraftes Mädchen! Ja! Nein, nein, nicht so! Nicht so! Nein, nein, nein! Ja, nein, nein! Ja, ja, ja! So nicht! Ja! Genau! Schön im Bauch klöppeln! Das ist gut für deine Verdauung, Mädelle! Nein, nein, hau drauf! Nein, 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 nein! Zum Glück! Mittagspause! Oh, super! Oh, super! Ein doof hier bist du nicht, oder? Ja, genau! Ja, ja, nein, nein, nein! Molotow! Mach ihn, ey! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ja, 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 ja! Nein, 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 nein! Ja! Kommt, Molotow! Zeig! Oh! Schwach, mein Junge! Schwach! Das war nix! Ja! Ja, super! Läuft! Ja, nein, nein, nein! Gib nicht auf, mein Junge! Bitte nicht! Nein, 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 nein! Ja, ja! So! Nein, nein, nein! Ja, ja, ja! Das Mädel kann endlich aufs Klo gehen! Die Bauchmassage hat geholfen! Hahaha! Du brauchst mir nicht den Bauchhahn oder ins Gesicht! Ich hab kein Problem mit dem Klo gehen! Ach, Mann! Nein, bitte nicht schon wieder mein Gesicht quetschen! Ich mag das voll nicht! Nein, 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 nein! Ja, ja, ja! Super! Molotow, nein! Gib nicht auf, Junge! Zum Glück, Mittagspause! Uuhh! Uuhh! Ah, du hast schon wieder so ein bisschen Pflaumen... Äh... ...Mousse-Visage... Äh... Nein! Nein! Nein, nein, nein! Hallo! Ja! Genau! Ah! Ja, ja, ja! Nein! Boah! Das ist so spannend, Leute! Wann fall ich um? Haha! Du hast auch schon nicht mehr lange! Nein, nein, nein! Erzähl mir jetzt immer bestimmt wieder das Gesicht zusammenklöppeln! Boah, das war jetzt cool! Nein, nein, bitte nicht! Oh Mann, jetzt habe ich mich so schön angestrengt und dann... Was für eine Enttäuschung! Möchte hier sonst noch jemand kämpfen? Blablabla! Ach Mädchen! Was? Ja, ich habe noch eine Revanche, die nehme ich natürlich in Anspruch. Was soll das? Ich bin die Jägerin und du bist die Beute! Das werden wir noch sehen, Mädchen! Ach, hör schon wieder Dufi leiden! Molotov, bitte! Enttäusch mich nicht, mein Junge! Nein, nein, nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Jetzt gibt es schon... Doch nicht! Nein, 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 nein! Ja, ja, ja! Oh du Toch! Hau drauf! Hau drauf! Nein! Ich habe da so ein schlechtes Gefühl heute! Ich weiß nicht warum! Ich weiß nicht warum! Ja, das macht ja nicht falsch! Es ist so deprimierend! Oh Mann! Oh Mann! Ruf mal! Na, schaut hier! Egal was ich drücke, irgendwie nichts hilft! Ja, ich gewinne einfach nichts! Mann! Ja, steh auf! Ah! 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 Nein, hallo! Ah! 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 Ich bin immer noch! Gut! Nein, aber nicht mehr lange! Oh Mann! Oh nein, 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 nein! Komm wieder! Was soll das? Hau da rauf, genau, Molotov! Zeig's dir mir, bitte! Nein! Jetzt, komm! Jawoll! Nein, 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 bitte nicht, Molotov! Komm! Komm! Komm, mein Bauch ein, komm! Netta! Du schaffst das! Ja, haha! Gut, Junge! Gleich kann das Mädchen aufs Klo gehen! Nein, 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 bitte nicht! Hopp! Molotov kommt zu dir, mein Junge! Molotov, nein! NEIN! Ach Junge, du bist so gutmütig, du hast immer so viel gefallen, echt! Ah, zum Glück, Mittagspause! Ja, beholg dich, Mädel! Mann! Na ja, ganz kurz, Prick schaut's auch nicht mehr aus! Leider! Oh! Hopp 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 hopp, ja ja! Hau drauf, ja gut Junge! Nochmal, nein, nein, falsche Seite! Äh, falschrum mein ich! Ja 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 ja! Hund drauf, nein, nein! Komm bitte, gut Molotow! Du bist ein guter Junge, du schaffst das! Oh, ständig diese Fingerhacklerei, echt, ich mag das nicht! Nein, 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 bitte nicht! Oh! Boah! Ich hab schon wieder voll abgelustet! Boah, war das anstrengend, Leute! Das hast du doch genossen, gib's zu! Nein, ich steh nicht drauf! Das ist eine üble Unterstellung! Das ist eine üble Unterstellung! Oh, Mann, Leute! Ja! Ich hab' verloren! Und wie's aussieht, muss ich wieder zurück, oder? Ich werde zurückgestuft, ja klar! Oh, Mist! Oh, das gefällt mir gar nicht! Gut, Leute! Ich muss mich jetzt ja holen! Ich glaube, ihr euch auch! Weil das war soooo nervenaufreibend, das Ganze schon wieder! Oh, Mann! Ja, dann wünsch' ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag! Äh, ja, bleibt sauber! Das heißt, wascht euch bitte auch unter den Achseln! Tja, haut rein, aber nicht zu fest, seht ihr, dann tut ihr euch nur weh! Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal! Also, danke fürs Zusehen! Tschüss, 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 tschüss